ein wunderschön meine lieben freunde schön dass ihr hier seid und ja hier sind wir wieder zu einer runde wwe super card und es ist mal wieder so weit ja mein team ordentlich hat es wieder abgeräumt team around one ist am start wie immer und hat natürlich mal wieder drei karten geholt ja richtig richtig krass ja ihr seht hier schon direkt die punkte verteilung also erst mal 301 fliesen haben wir wieder geholt und mal wieder ja ist the viper aka hiyuga ja auf platz 1 aber wie immer jetzt kann man schon bald sagen hat er sich wieder ein mäßig hardcore krasses battle mit lol master aka evolution gegönnt und ja um eine fliese hat das dann trotzdem noch gewonnen ist das ist so krass so so geil also wirklich was ihr hier abfeiert ist der wahnsinn dazu ja muss man auch gleich mal ganz ganz krass erwähnen ja und das muss wirklich ordentlich mal gefeiert werden der gute loll master und auch the viper also evolution und hiyuga sind in der letzten pcc der diven pcc die angesagt war sind die beiden mal eben ja in die top 15 gegangen meine lieben freunde zweimal team round one in den top 15 der diven pcc der gute loll master ja ist mit auf platz was war es zehn am ende gegangen da war sogar platz sieben jetzt auch wirklich kein scheiß erzählen platz sieben oder zehn auf jeden fall in den top 10 war er the viper hiyuga war auf platz 13 so viel weiß ich noch und richtig richtig krass die beiden haben sich damit sascha banks geholt zeige ich euch einmal auch ganz kurz hier hier loll master da sieht er schon einmal sascha banks wm event karte und natürlich werden die beiden sich jetzt die karte auch noch mal an gönnen und wo ist hier die weiber mal sehen ob die karte überhaupt bei ihnen an den besten karten drin ist ja krass muss immer rein ziehen aber er hat sich auf jeden fall auch die gute sascha banks geholt und beide werden ja jetzt in der atg auf eine pro karte dort gehen also wenn sich die beiden noch mal holen richtig krass hut ab meine lieben also ihr beide ihr habt alleine wieder mal über eine karte alleine geholt wir haben wie gesagt die wm roman reins karte geholt wir haben die sv saffrons karte geholt und die lag shames karte einfach weil wir bock hatten so er und ja gut ab wie gesagt einfach nur krass sehr sehr geil ich bin wirklich sehr stolz auf euch und genauso auch auf die anderen mitglieder des teams ja wenn wir gucken daniel boone aka d28 auch 35 teile über drei karten also beteiligung im schnitt pro karte braucht man zehn fliesen hammer krass man ich danke dir d28 super geil genauso der gute danger l run der by the way jetzt auch auf wm plus plus gekommen ist richtig krass und das mit unter 5000 spielen da sieht man mal was teilweise so team events ausmachen können hammer geil wirklich danger hast dich so gepusht ich habe immer auch an dir festgehalten ja auch in der zeit wo ich wie du es meintest immer erwähnt habe halt dass du noch survivor bist und so weiter plus plus und so ja jetzt bist du ja sogar an mir vorbei gerauscht quasi ich bin ja relativ kurz und wie vor wir im plus plus deswegen hammer krass gg und props dafür geile scheiße 31 fließen dann tobias aka race nation 27 fließen sehr sehr geil gleichzeitig will ich dir an dieser stelle auch noch mal herzlich danken mein lieber race nation für all die ganze zeit du warst seit tag eins auch im team round one am start auch ein wichtiger teil gewesen dass dieses team so abgehen konnte wie es abgegangen ist ja dass wir auf vm gekommen sind inzwischen auch wir im plus plus sind und ja race nation wird auf eigenen wunsch ja aber ohne beef oder irgendwas böses unser team team round one verlassen und das respektiere ich natürlich vor allem schätze ich sehr dass er sehr ehrlich zu mir war und es mir offen und ehrlich gesagt hat so dass er unser team verlässt das ist auch absolut überhaupt kein problem es ist schade denn er war immer ein guter teil des teams so halt eben ihr seht ja auch hier 27 fließen quasi auch an drei karten dann mitbeteiligt gewesen halt eben im schnitt sehr sehr gute arbeit immer geleistet ganz ganz lieber er wird uns in der twitch und ja ja twitch community quasi weiterhin erhalten bleiben das hat er mir schon geschworen quasi halt und und versprochen und das freut mich auch ich mag dich sehr und ich danke dir wie gesagt noch mal für alles was du für dieses team geleistet hast ich wünsche dir alles gute in deinem neuen team und kann damit auch gleich mal verkünden dass wir ein neues mitglied bekommen werden wir haben direkt schon ersatz so halt eben one week in making und zwar aus einem top 5 team die elite kommend es ist till 1991 aka rammstein 1991 einer der besten deutschen supercard player on this planet erst auch schon in pccs auf top 5 oder top 10 gegangen ja kommt mit allen möglich erdenklichen wrestlemania event pros zu uns wie unre the giant shinsuke nakamura und 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 er wird unser team mächtig verstärken meine lieben freunde das könnt ihr euch mal auf jeden fall sicher sein deswegen ein fliegender wechsel quasi und das an der stelle schon mal erwähnt rammstein ich liebe dich ich heiße dich jetzt schon mal herzlich willkommen bei uns wir gucken weiter dies hat genau wie tobias race nation auch der gute hat es auch 27 fließen geholt sehr sehr geil ich konnte 22 fließen holen damit auch immer noch so im schnitt geblieben ja denn unsere ziele sind natürlich immer die wm und die sv karte also brauchen wir 20 fließen ja pro person habe ich immerhin auch noch geholt besser ist ja die enttorm hat 17 fließen geholt auch noch alles in ordnung schmidi trotz schulstress noch 15 fließen geholt und bloti war bei 14 fließen am ende angekommen hat er jetzt eine ausbildung gestartet und alles wofür ich nochmal wie gesagt alles gute wünsche also insgesamt wieder krasse krasse scheiße das team wird noch stärker werden mit rammstein das muss man ganz klar sagen wird immer besser werden und ja ich will an der stelle auch noch auf jeden fall auch was anderes aufmerksam machen meine lieben freunde und zwar das werde ich jetzt einblenden dann und das könnt ihr euch dann ansehen und zwar richtig krass wir haben eine zweiteam gegründet team round 2 heißt das ganze das kann ich euch hier einmal auch kurz dabei nebenbei schon mal raussuchen meine lieben und hier ist team round 2 und by the way da können wir uns auch kurz unser neuestes mitglied anschauen till 1991 aka rammstein ja hier sind die karten mit denen er uns verstärken wird shinsuke nakamura natürlich auch super gut ja quasi mein aktueller lieblingswrestler dann hier unreal giant auch event pro und by the way nakamura feiere ich schon seit new japan zeiten ihr wisst ja new japan pro wrestling ist meine lieblingsliga nummer eins und ich feiere den kerl schon eine ganze ganze lange weile ja hier seht ihr wie gesagt die ganzen karten richtig krass ey ja ihr seht es ja selber hier was alles dabei ist es so krass android giant aj styles alles eventkarten und pros bray wyatt sammy zayn samoa joe sap rodens jörg sigler das ist so fast mit dean ambrose und dann noch ein roman reigns ist auch noch da hinten also sehr sehr geil ich freue mich auf dich rammstein das noch mal kurz am rande aber davon ab mächtig auf jeden fall erst mal sagen sehr krasse arbeit an der snake ja der sich hier ordentlich gepusht hat das team richtig geil eingestellt hat sich um alles gekümmert hat wirklich super super geil ich danke dir von herzen dafür halt das hast du so so gut gemacht und ja er hat das team super geführt er ist auch vorangegangen mit 69 fließen ey ist das fastball alter deine ante mann so geil unglaublich hammer ein captain der vorangeschritten ist und das hat er super gemacht dahinter haben wir easy optimus auch einen neuen teil der community sehr sehr geil ich grüße dich auch noch mal ganz herzlich 33 fließen hammer krass alter auch die jungs haben by the way das muss man auch noch erwähnen die haben die wm die sv und die lag karte geholt die sind meint das ist mein neues zwei team ja und dieses zwei team ist direkt instant auf wm gesprungen das müsst ihr euch mal reinziehen direkten wrestlemania team als zwei team mussten über 1 und dann direkt alle drei karten geholt und die wm karte hatten sie sogar noch eine stunde vor uns team round one und die die drei karten komplett hatten sie auch zirka eine stunde vor uns müsst ihr euch mal reinziehen also da war ein paar jungs mal ordentlich motiviert ja als ziel hat der gute snake vorgegeben dass jeder so zirka 15 fließen holt und am ende haben alle mindestens 20 gold ihr seht es ja an der seite also der gute easy optimus 33 fließen dann till aka rammstein hat 31 fließen gold der gute exfil hat 29 fließen geholt biceps aka the real kante hat 27 fließen geholt auch hammer krass playhard erfahren mein wiener freund und guter mod hier ja seit anderthalb jahren am start bei uns ja auch 25 fließen geholt supergeil der gute gaming hero ich grüße dich man auch 22 fließen also das ist so fastbar ach so ich habe den felix übersprung by the way sorry man das war keine absicht 28 fließen auch vom felix aka galaxy kicks der schon in team round one auch am start war ich danke dir sowas von für den support und ein push hier hammergeil man dann genau wir haben bizeps aka real kante 27 playhard erfahren 25 fließen gaming hero hat 22 gut der gute orion hat 21 gut und roman hat auch noch 20 geholt also richtig krasse teamleistung 305 fließen insgesamt hammer hammer geil alter also es tut mir leid dass das video hier ein bisschen verspätet ankam aber besser spielt als nie und deswegen ich kann euch allen nur dank sowohl in team round one als auch in team round two ihr habt das ganze hier richtig episch werden lassen und ja dafür gehört euch mein dickster respekt und dank lasst uns zusammen weiter angreifen wie gesagt team round one wird auf jeden fall hardcore verstärkt werden durch den guten ramstein und team round two wird auch verstärkt werden wieder es wird zwei abgänge geben in team round two ja unter anderem ramstein wird halt eben der zu uns kommen und auf jeden fall wird das team round two verstärkt werden mit der toby sieben auch jemand der unter anderem auch schon in einem top 5 team war wie die elite halt eben genau wie ramstein halt ja und er hat zwischendrin seine karten einfach mal alle gelöscht das kann man machen ist jetzt aber wieder auf ich glaube auch schon mindestens sv oder was weiß ich irgendwie so auf jeden fall wird er team round two unterstützen wofür ich dir auch ganz herzlich nochmal danke mein lieber toby auch so lange schon ein teil der community und es freut mich richtig alter dass du diesen schritt jetzt gehst und ja dann auch noch die echt banane so nice ey banane wird auch das gute team unterstützen hatte glaube ich auch eigentlich keinen bock mehr so ganz auf superkart zum spielen wird jetzt aber auch mit pushen so und auch dir danke ich jetzt schon mal ordentlich dafür und dann glaube ich müssten wir wahrscheinlich noch einen platz oder so werden wir wahrscheinlich noch frei haben oder so meldet euch da einfach hier auch im notfall unter den kommentaren der gute snake wird alles mit euch ja klären dann halt eben fürs team und eventuell werden wir sogar noch ein drittes team dann aufmachen team round three ja da werde ich mir dann noch jemand suchen der das dann eröffnet beziehungsweise eventuell wird es dann real kante machen und ja komm wenn hier die fusion gerade fertig ist können wir die nebenbei auch noch öffnen gibt es noch als goodie quasi hier ist es vererst bei der go das ganzes fasten ey ja also das soll es denke ich von der seite hier gewesen sein wie gesagt viele viele news viele viele dick big pushes und so und was für ein krasses team event mal wieder für team round one und auch team round two ich bin sehr sehr glücklich und ja ihr könnt mal in die kommentare schreiben wie es mit euren teams lief ja was ihr so geholt habt oder ja was abging und ich würde sagen ich danke euch von herzen lasst ein daumen nach oben da oder ein abo und schaut auch richtig mal in die live streams auf twitch vorbei meine links zu twitch genauso wie für facebook und auch twitter findet ihr alle in der beschreibung und bis dahin wünsche ich euch eine geile zeit vielen dank nochmal und haut rein